best 219 220 habe ich nicht 306 oder 308 machen wir direkt rüber ja direkt rein in die alder und wie ihr siehst schon wieder kippt mache ich hier auch schnell essen und trinken wollen wir admin bereich rein oder hinten ich werde vielleicht lieber admin oder falls links habe ich jetzt schon bedenken dass da schon einer da ist ich habe wieder vergesse ne taschenlampe an meine scheiß gun dran machen muss ich mir gleich irgendwo eine karte besorgen ich will mal gucken was ich für schlüsse habe oh weswegen 219 habe ich sogar ok 219 brauchen wir den habe ich schon dabei und 306 oder 308 brauchen wir noch 308 east habe ich perfekt dann haben wir die quest also für shoreline auf jeden fall die beiden ok ich habe hier ein sting aber den kenne ich noch gar nicht ob dollboss 2 oder ist mega echt ja richtig gute benefits aber auch ein richtig miesen debuff aber der debuff ist auch richtig mies 80 prozent damage kriegst du mehr oder so jaja das heißt du bist one shot und aps cgz brauchen wir erst west und dann east nee wir gehen erst east und dann west weil wir müssen ja west raus dann ja ok das macht Sinn ja aber ich warte mal lass uns mal kurz hier hochschucken ich habe doch einen schlüssel für einen safe irgendwie ok ich will wissen ob das der safe ist der hinten drin steht ich mein schon müsste der lobby sein der traurig finde ich da ist ein safe offen also mhm unlock steps oder bist du das ich bin so sicher ok und und ohja ein bake easy war drin und dann war so ein bake easy buch bake easy und den habe ich mir auch richtig viel abgeguckt aha der hat echt movement technisch ganz krass echt ja 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 und ehrlich so juli so juli okay ich dachte er verpisst sich ich will da rüber rennen ja ich will da rüber rennen 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 ohja und noch ein zucker ohja ohja boah ich will da rüber rennen ich bin hier bei dir gegen die senken Ja, das bist du. Okay. Ja, wir müssen... Was war das? 306? Nee. Ja, 306. Oder 308. Nee, warte mal. Jetzt muss ich doch mal gucken. 306 waren wir doch vorhin schon drin. Hier. Hier müssen wir rein. In die Tür hier. Ach, in die? In diese. In die oder in die? Nee. Ja. Dann ist das direkt hier drinnen. Ah. Ah, stimmt. Geil. In dem Karton da. Schicki, breki. Oh, unten habe ich noch Steps gehört irgendwie. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Step ist. So, das war der Generator. Oh, äh. Hier ist ein Watt zu 216. West Wing. West Wing 216. Das ist Außenwatt. Vielleicht sehe ich das. Nee, das ist drin, würde ich sagen, oder? Wo? Ja. Oh, ne. Hier. Hier vor uns irgendwo muss das sein. Ah, warte mal, ich muss, wenn wir am East Wing sind, muss ich nochmal da woanders hin? Ja, kann man machen. Ja, kann man machen. Hier ist... Hier ist ein TK-Fast-Tand drin. Ich habe Movement von dem Gerät irgendwo. Warte mal... 212. Der andere ist in 220 im Ost Wing. Okay. Ja, mach das Jogi. Wir müssen hier 220 Ost-East. Komm. Okay. Show. Shots von wo? Durchs Fenster, oder? Durchs Fenster. Ja. Von hinter uns, Alter. Wo bist du? Ich bin... Ich komme jetzt Treppe runter. Ich bin hinter dir. Okay, ich bin hier. Was für ein geiler Shot war das denn bitte? Du wirst, wo der gestanden hat. Bestimmt auf dem Dach oben, oder? Geil. Luke hat er nicht getroffen, hat keinen MD-Penner. Ja. So, 220. Seit wann sind hier so viele Löcher in den Decken, Alter? War das schon immer? War das schon immer? So, die müssen wir ja nicht am Stück... Ach, die Quest hast du wahrscheinlich noch nicht, oder? Welche? Die? Die, die wir jetzt mal auch nicht mit den Generatoren besuchen. Nee. Nee, nee. So, dann noch drüben im West Wing 220. Ja gut, du bist bei 220, 216 ist direkt daneben, dann haben wir die beiden direkt auf einmal. Genau. Hast du den genommen noch Schmerzmittel? Ja, ich auch. Die, die Leute. Da wird die Kurse behauptet. Jetzt werden die Kurse behauptet. Und dann wird es nur die Kurse behauptet. Ja. Die Kurse behauptet. Jetzt muss das in der Kurse georiczene auszuladen und jetzt gruppe nach einer Kurse behauptet. Der Kurse ist jetzt auch schnell! Der Kurse hat einen Magd.. Wollen wir über die Sky Bridge rennen? Können wir machen. Ich hoffe, der sitzt jetzt da nicht da vorne. Ich guck mal einmal kurz rüber. Ich hab ein Long-Legs drauf. Okay. Siehst du was? Nee. Irgendwas hör ich da drüben noch stapfen. Okay, dann würde ich mal... Ich mach das. Ich hab ein Runner. Ja. Selbstmovement. Mhm. War ich. Ich bin hinter dir. Ja, wo ist es? 216. Ah, ich hab einen Laser gesehen. Okay, die sind gegenüber. Aufpassen. Okay. Okay. Mir ist gleich eine Granate. Die sind schon drüben. Tod, was war das denn für ein Typ, Alter? Der ist voll auf Leckmeter gesehen. Okay. Der ist voll auf die Beine geschossen. Hat er nicht? Nee. Gut. Hat er dich? Nee. Entsteh? Ja. Ja. Ich hab einen Durchschnitt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach man, scheiße. Ja. Mein Movement ist irgendwie Müll. Aber einen habe ich. Mit Skeffester passt schon. Jetzt können wir den ganzen Scheiß nochmal holen. Aber Jogi muss auch mit rein.